Dass die Welt, wie wir sie kannten, sich gerade in Windeseile wandelt, das ist offensichtlich. Genau wie die Tatsache, dass die Ungleichheit zunimmt. Diese Umverteilung von unten nach oben läuft zwar schon länger, aber jetzt fällt es richtig auf. Corona-Lockdowns, Energiepreise, Wohnungsnot und die Inflation machen Bürgern, kleinen Unternehmern und auch den Mittelstand schwer zu schaffen. Aber wer hat ein Interesse daran? Wer profitiert? Wer so fragt, der stößt unweigerlich irgendwann auf die finanzstärkste Firma der Welt. BlackRock mit seiner Wunder-KI-Aladdin. BlackRock und Co. kontrollieren so ziemlich alles. Aber nicht nur das. Mein Gast sagt, diese Schattenbanken saugen Staaten aus und machen damit Milliardäre noch reicher. Auch mit Hilfe der Politik. Ziel, Profit und die ganz große Umverteilung. Das System BlackRock. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Werner Rügemer. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Publizist, interventionistischer Philosoph, Buchautor, Referent, Berater und Stadtführer. Sie haben an der Uni Bremen zum Dr. Phil promoviert, als Autor für den WDR Radio und TV Features erstellt. Sie schreiben für viele Publikationen, darunter die Nachdenkseiten. Und das vorwiegend zu den Schwerpunkten internationale Kapital- und Arbeitsverhältnisse, Privatisierung und Unternehmenskriminalität. Und das sind auch die Themen Ihrer Bücher. Ihr neuestes heißt BlackRock und Co. enteignen auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht. Passend dazu findet Mitte September auf Ihre Initiative hin an der Uni Potsdam das zweite Tribunal zu BlackRock statt. Darüber sprechen wir auch noch. Aber erstmal müssen wir wissen, worüber wir eigentlich reden. Nämlich über BlackRock und Co., die mehr Geld kontrollieren, als jemals in der Hand von irgendwelchen Firmen war. Um welche Summen geht es? Und wenn Sie kurz mal erklären könnten, was sind BlackRock und Co.? Das wissen ja viele gar nicht. Ja, BlackRock und Co., also etwa, sagen wir mal, 50 Finanzakteure, Kapitalorganisatoren, nenne ich die, der neueren Art, die heute weitgehend den Aktien- und Finanzmarkt des westlichen Kapitalismus beherrschen. Und BlackRock ist sozusagen nur, in Anführungszeichen, der größte dieser neuen Kapitalakteure mit, wie nach eigenen Angaben, etwa 10 Billionen Dollar an sogenanntem verwaltetem, in Unternehmen und Banken eingesetztem Vermögen. Und ja, das ist also, BlackRock ist ja sozusagen nur der größte. Dann an zweiter Stelle, die sind dann noch weniger bekannt in der Öffentlichkeit. Der zweitgrößte heißt Vanguard und dann kommt State Street und Wellington und Fidelity und T-Row Price und so weiter. Alle, die handeln mit Billionen von Dollar an Kapitaleigentum in Tausenden von Unternehmen. Also allein BlackRock hat Anteile, Aktienanteile an 18.000 Unternehmen und Banken weltweit. In den USA, in Deutschland, in Frankreich und so weiter und so fort. Und die sind, ja, sozusagen historisch gesehen jüngeren Datums, die sind sozusagen mit dem, was ja oft so gesagt wird, Deregulierung, also mit der Freisetzung von Kapitalakteuren in den 90er Jahren, beginnend unter diesem netten Saxophonspieler und Präsidenten William Clinton, der hat ja sozusagen angefangen, den Finanzakteuren der Wall Street neue Freiheiten zu geben und die haben dann eben auch, und auch der BlackRock-Gründer, Lorenz Fink heißt der, der hat an einer der Wall Street-Banken erst mal gearbeitet und dann hat er gesehen, aha, man kann jetzt neue Finanzprodukte und so weiter, neue Verfahren praktizieren. Das sind uns jetzt erlaubt und dann machen wir das auch. Und ja, und so sind die schrittweise größer geworden, während sozusagen im allgemeinen Publikum noch dieser alte, nostalgische Blick vorherrscht, denn die uns bekannten Banken, also die Deutsche Bank in Deutschland und Goldman Sachs in den USA, das sind die wichtigen und mächtigen. Aber das ist sozusagen längst vorbei. Gehören auch BlackRock und Co. Ja, ja, BlackRock, Vanguard, State Street und so weiter, sind die führenden Eigentümer, Aktionäre bei Goldman Sachs und City Group und Deutsche Bank und Commerzbank und Societe General in Frankreich und ING in Niederlande und so weiter. Also Sie kontrollieren im Grunde das gesamte Finanzwesen? Ja, das gesamte Finanzwesen, sagen wir so, die haben sich schrittweise und, also BlackRock und Co. und die anderen genannten, und da gehören vielleicht noch so als Zwischenbemerkung, ja, die dem Publikum ja manchmal besser bekannten, sozusagen neue Finanzakteure der zweiten und dritten Liga dazu. Also in der zweiten Liga mit kleinerem Volumen. Die Holstrick. Ja, naja, das ist dritte Liga, aber an zweiter Stelle, das sind die sogenannten Private Equity Investitionen, ja, doch, ja, Heuerspräuchecken, richtig. Und an dritter Stelle kommen dann die noch kleineren, aber aggressiveren Hedgefonds, ja, und dann kommen privaten Arrangeure und dann kommen die privaten Banken, und dann kommen die traditionellen Banken und dann kommen die Startup-Finanziers und so weiter. Und wir kommen ganz am Ende. Jetzt mal, um das mal einzuordnen, was besitzt BlackRock zum Beispiel in Deutschland? Ja, BlackRock und immer zusammen in unterschiedlicher Mischung mit den anderen, Bangor, State Street und so weiter. Die sind dann immer so zu fünft oder zu sechst in unterschiedlicher Mischung. Die führende Aktionärsgruppe in allen 40 DAX-Konzernen in Deutschland. In allen. Ach. In allen. Da gibt es noch sozusagen ein paar nostalgische Ausnahmen, wie zum Beispiel in den Autokonzernen oder bei BMW und bei VW, wo noch sozusagen aus alter, schöner Zeit die Familienclans, Quant, Glatten und Piech und so weiter, die haben da natürlich noch mehr. Aber die sind ja nur in ihren eigenen, einzelnen Unternehmen, während BlackRock und Co. in allen gleichzeitig sind. Und dann eben auch immer in den Unternehmen, die eigentlich nach der Irrlehre der freien Marktwirtschaft in Konkurrenz zueinander stehen. Also BlackRock und Co. sind in allen drei großen deutschen Autokonzernen präsent. Und bei Ford und bei Tesla und so weiter. Es gibt ja diese häufig geäußerte Kritik, BlackRock hat ja gar nicht so viel Macht, weil die ja nur fünf Prozent eines Unternehmens an Aktien haben. Was Sie aber gerade erläutert haben, wenn da fünf, sechs immer die gleichen sind, dann haben die immer ganz schnell auch eine große Macht oder auch eine Mehrheitsmacht. Das heißt, diese großen Vermögensverwalter, wie sie ja im Volksmund genannt werden, die arbeiten direkt zusammen? Ja, ja, die arbeiten nicht nur zusammen, sondern sie sind auch noch untereinander aktionärsmäßig verflochten. Also BlackRock ist der größte Aktionär bei Vanguard und Vanguard ist der größte Aktionär bei BlackRock. Ja, sodass also, und heute ist es ja so, bis auf diese Ausnahmen mit den alten Familienclans bei BMW und VW, ist ja heute ein groß, der größte Aktionär, der hat ja maximal zehn Prozent. Ist aber auch ganz selten. Die heutigen führenden Großaktionäre wie BlackRock und Co., die haben also maximal acht Prozent. Ja, also zum Beispiel BlackRock hat im größten Wohnungskonzern in Deutschland bei Bonovia acht Prozent. Das ist schon mal so die Spitze. Und in der Regel haben sie dann eben, was weiß ich, sechs oder fünf oder vier oder drei Prozent. Und was sie drunter haben, das wissen wir nicht genau, weil das ja nicht registrierungspflichtig ist. Aber sie haben trotzdem was zu sagen in diesen Konzernen. Ja, weil sie als Gruppe von fünf, sechs, immer untereinander auch aktionärsmäßig verflochtenen, führenden Aktionäre. Sie sind die größte Gruppe. Also wenn BlackRock und Co. sind immer unter den zehn größten Aktionären und in aller Regel unter den fünf größten. Das ist ja auch witzig, wenn man eigentlich sollten sich diese großen Vermögensverwalter ja eher Konkurrenz machen, tun sie aber nicht. Die arbeiten zusammen. Das nennt man ja Common Ownership, also gemeinsames Eigentum. Ja. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von Marktwirtschaft und gesunder Konkurrenz. Also mir fällt das Wort Kartell dazu ein. Ja. Oder? Ja, ja, aber das Kartellrecht stammt ja aus dem, was weiß ich, vor vorigen Jahrhundert und bezieht sich ja nur darauf, auf den früher üblichen Fall, wenn ein Unternehmen ein anderes kaufen möchte, wird dadurch sozusagen ein unzulässiges Monopol gebildet, wird dadurch Wettbewerb ausgeschaltet. Das war früher eine wichtige Frage. Aber, ne, wenn man wie BlackRock und Co. in allen 40 DAX-Konzernen gleichzeitig ist und in allen Autokonzernen auch gleichzeitig und bei Bayer und bei BAS auch gleichzeitig, ja, dann ist natürlich eigentlich, ne, das ist ja eine neue Art von Monopol. Wird aber von unserem Recht überhaupt nicht aufgegriffen. Nein, nein, also der Gesetzgeber hat da sozusagen beide Augen, die er überhaupt hatte, zugemacht und hat diese sozusagen Erneuerung des Finanzsystems, des Wirtschaftseigentumssystems überhaupt nicht rechtlich nachgehalten. Da frage ich mich, wenn alle, wenn im Grunde die gesamten, alle Konzerne, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen, mehr oder weniger den gleichen gehören oder wo die gleichen das Sagen haben, was hat denn das für Konsequenzen? Ja, ich will nochmal kurz zurück. Sie haben ja den Begriff Common Ownership erwähnt. Und da gibt es ja so ein paar sozusagen kritische Ökonomen aus der sozusagen aus der etablierten Reihe, die mal so ein bisschen Kritik entwickelt haben unter diesem Begriff Common Ownership. Und dieses Common, also das Gemeinsame, bezieht sich für die auf die Tatsache, dass eben, also das haben die am Anfang in den USA entwickelt, die haben gesehen, BlackRock und Co. sind Großaktionäre bei allen amerikanischen Fluggesellschaften, zum Beispiel. Und bei allen Pharmakonzernen. Und ja, und da haben die gesagt, dieses gleichzeitige, gemeinsame Eigentümerschaft, das hebelt ja die Konkurrenz aus und dann wird fusioniert und dann werden die Preise hochgezogen und so weiter. Das haben die so mal ganz gut erfasst, würde ich sagen. Aber, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass dieses Common Ownership nur eine obere Oberfläche darstellt. Ich bezeichne das als Deep Multiple Ownership, also als tiefe, gleichzeitige Eigentümerschaft. Und man kann das zum Beispiel an dem bekannten Betrugskonzern Wirecard darstellen. Erkennen Sie mal. Ja, also Wirecard war auch im DAX, war sozusagen der Aufsteiger als neuartiger Finanzdienstleister. Versprach also sozusagen, ja, neues digitalisiertes, auch Geschäftsmodell für Finanzen und so weiter. Und ja, stieg auf und wurde in den DAX aufgenommen. Und deswegen war natürlich klar, BlackRock und Co. sind dann als Großaktionäre eingestiegen. Und bis zu dem Zeitpunkt vor, weiß nicht, zwei Jahren, als dann sozusagen der Skandal dann ganz aufplatschte, war also BlackRock der drittgrößte Aktionär bei Wirecard. Aber der größte Aktionär war die amerikanische Bank Goldman Sachs und die zweitgrößte war Société Générale aus Frankreich. Und aber BlackRock ist ja auch Großaktionär bei Goldman Sachs und Société Générale. Ja, also bei den Mitaktionären ist BlackRock von Wirecard. Ja, und dann, aber nächste Ebene, so nach bisheriger Kenntnis hat ja Wirecard ungefähr mindestens zwei Milliarden an Krediten bekommen. Und diese zwei Milliarden sind irgendwie betrügerisch, ja, verschwunden. Und da fragen wir mal, ja, von wem hat denn Wirecard die Kredite bekommen? Ja. Und dann finden wir also vier große Banken, die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Société Générale und die ING. Und dann gucken wir mal, wem gehören die, ne, und da wissen Sie jetzt schon Bescheid, ne, und so weiter. Ja, und dann gucken wir nochmal ein bisschen weiter, nämlich, es ist ja so, im westlichen Kapitalismus, wenn eine Aktiengesellschaft, ein großes Unternehmen einen großen Kredit haben möchte, ne, dann ist es ja sozusagen Regel, da muss sich bei einer der großen drei amerikanischen Ratingagenturen eine Bonitätsbewertung holen. Zum Beispiel Moody's. Zum Beispiel Moody, bei Standard & Poor's ist der größte, Moody's ist der zweitgrößte. Ja, und Wirecard hatte, also, weil die ja immer dann, was weiß ich, 300 Millionen und zuletzt dann 500 Millionen an Kredit gewollt haben, dann haben sie auch beim letzten Mal 2019 für den letzten 500 Millionen Euro Kredit wiederum für ein paar Millionchen und dann haben bei Moody's eine Bonitätsbewertung sich geholt und haben bescheinigt bekommen, aufstrebendes Unternehmen, gute Rückzahlungsfähigkeit, gute Aussicht, ja, haben den Kredit bekommen. Und, ja, ne, und da wissen Sie jetzt auch schon, dass, ja, BlackRock zu den führenden Aktionären von Moody's gehört. Ja, aber im Wirecard-Skandal oder in dieser Pleite, in diesem betrügerischen Bankrott haben die doch verloren dann am Ende, oder? Ja, das nimmt man so an. Das könnte sein, dass die ein bisschen was verloren haben, aber das Geschäftsmodell von BlackRock besteht ja darin, dann, ne, also, sag mal, der traditionelle Aktionär, ne, der hat eine Aktie bei Wirecard und dann, dann bibbert der das ganze Jahr über, oh, wie viel steigt die Aktie im Wert und wie viel Dividende bekomme ich am Ende ausgeschüttet. Ja, ne, da sagt BlackRock, okay, die Dividende nehmen wir auch mit, aber das Wichtige bei BlackRock ist was ganz anderes. Die eigentliche sozusagen Gewinnquelle für BlackRock und seine Kapitalgeber ist also nicht die Dividende. Die nehmen Sie gerne mit natürlich, soll auch möglichst ruhig sein, aber das Geschäftsmodell von BlackRock besteht darin, mit den Aktien, die es hat, täglich, stündlich, wöchentlich zu handeln. Das heißt also, weil BlackRock und Co. ja sozusagen die größten Insider der westlichen Finanz- und Wirtschaftswelt sind, haben sie ja auch in der Tendenz mehr Kenntnisse, wo rührt sich was, wo wird ein Unternehmen eher dann in den nächsten Tagen, Wochen gut bewertet oder welches sinkt ihm die Aktie an der Börse ab und so weiter. Die wissen das eher in der Tendenz, weil sie ja zu allen Vorständen aller Unternehmen sozusagen, die können ja das alles abgleichen untereinander. Sie sind die größten Insider. Und wenn sich dann zum Beispiel bei einem Unternehmen der Aktienwert entweder nach oben bewegt oder zum Beispiel dann, wenn mal wieder eine Betrügerei bei Wirecard aufgekommen ist, dann sinkt der Wert, weil der normale Aktionär, der verkauft seine Aktien, dann sinkt der Wert und so weiter. Das ist aber für BlackRock völlig wurscht, weil die sagen, ob der Wert steigt oder ob er fällt, darauf spekulieren wir. Und BlackRock kann ja, weil es selber viele Aktien von dem Unternehmen hat, kann dann also, wenn eine Aufwärtsentwicklung im Gange ist, kann die selber beschleunigen, indem sie selber Aktien dazukauft. Oder wenn der Wert sinkt, können die das auch beschleunigen und sagen, ja, wir verkaufen die das auch. Dann sinkt das weiter. Und dann können die das abgleichen sozusagen an allen Börsen der Welt, weil sie nämlich, weil BlackRock nämlich das größte, mit Aladin heißt das. Aladin ist diese KI, die seit 30 Jahren aufgebaut wird von Lamp. Genau, das ist das größte, die größte Datenverarbeitungsverwertungsanlage der westlichen Finanzwelt. Und das ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock. Und da gleichen die im Nanosekundenbereich den Wert aller Aktien zwischen Tokio und New York und Paris und Frankfurt ab. Und wenn da jetzt bei Auf- und Abwärtsbewegungen die BlackRock selber beschleunigen kann, sich dann eben ein Unterschied erweist zwischen den Börsen, dann wird sozusagen völlig roboterisiert hin und her verkauft. Und durch die Menge dieser Millionen abgewickelten kleinen Fuzi-Transaktionen entsteht dann doch ein Gewinn. Und gerade, wenn wie bei Wirecard dann immer wieder mal ein Auf- und Ab geht, weil da ist dann mal Financial Times, ist wieder ein böser Bericht über Wirecard, dann sinkt die Aktie und da kommt wieder was raus, dann steigt es wieder auf, dann ging es wieder in den Kreditsteiger und so weiter. Und da sagt Bill BlackRock, lecker, lecker, ständig Skandale. Auf und runter, wunderbar, so verdienen wir Geld. Ich meine, früher sind Menschen ins Gefängnis gekommen, wenn sie Insiderhandel betrieben haben. Das ist völlig normal jetzt, oder? Ja, ja, weil ja eben diese gleichzeitige, allseitige Präsenz in sozusagen allen wichtigen Unternehmen, vor allem in allen Börsen notierten Unternehmen, diese gleichzeitige Präsenz bedeutet ja Insiderwissen. Die wissen mehr als jeder noch so aggressive Spekulant, der dann nur an der Börse sitzt und irgendwie sich irgendwas ausdenkt, ja. Und insofern müsste man auch den Begriff Insider, Insidergeschäfte, gesetzlich, aufsichtsrechtlich neu definieren. Da haben Sie völlig recht. Ja, das ist erstaunlich. Und ich meine, wenn wir von Insidern sprechen, die sind ja noch mehr Insider, gerade BlackRock. Die sind ja richtig groß geworden 2007, 2008 oder so nach der Finanzkrise, wurden ja selbst von Präsident Obama persönlich zum Berater hergezogen. Und Aladin, diese Wunder-KI, hat dann doch auch entschieden, welche Banken zu retten sind, welche nicht und so weiter. Und inzwischen berät BlackRock ja nicht nur die amerikanische Regierung, die EZB, die FED, die EU. Ich meine, das sind ja noch politische Insider-Informationen. Da kommt ja noch mal was dazu, oder? Ja, ja, also Sie haben völlig recht. Der Einstieg sozusagen auch in der großen, auch dann Expansion von BlackRock nach Europa oder dann auch Südamerika, Mexiko und so weiter, das war die Finanzkrise. Und zwar genau dieser Punkt, dass die Regierung Obama, die wusste jetzt nicht, was wir mit dieser blöden Finanzkrise machen sollen. Da haben die gesagt, BlackRock kennen sich am besten aus. Die machen für 150 Millionen, kriegen die einen netten Auftrag und die wickeln für uns die Finanzkrise ab. Genau, der Fuchs kennt den Gänsestall am besten, so ungefähr. Und dann hat eben BlackRock sozusagen alle Unterlagen aller Banken und Unternehmen und Versicherungen bekommen, die von der Finanzkrise sozusagen tangiert waren und konnte entscheiden, wer wird gerettet, wer wird nicht gerettet, wo muss was teilverkauft werden, wo können wir vielleicht ein bisschen was zukaufen und so weiter. Und weil ja an diesem Finanzprodukt, diese gebündelten Wertpapiere, also Wertpapiere, die aus Hunderttausenden von individuellen Krediten gebaut worden sind, von Haus- und Treuslebauerkrediten und so weiter, weil mit diesem Finanzprodukt, das schließlich hauptsächlich die Finanzkrise verursacht hat, weil daran ja auch alle großen Banken aus Europa mitspekuliert haben, ja auch die Deutsche Bank und so weiter, dann konnte BlackRock auch entscheiden, welche europäische Bank wird wie entschädigt oder auch nicht entschädigt. Und dadurch ist genau diese Aufgabe, dieser Auftrag der Obama-Regierung zur Lösung der Finanzkrise in den USA für BlackRock sozusagen der große Schritt geworden, jetzt nun auch von der politischen Seite zum großen Insider zu werden, Regierungsentscheidungen mit vorzubereiten, mitzugestalten und so weiter. Und eben damit auch den Sprung über den Atlantik nach Europa zu machen. Ja, jetzt gibt es ja den Green Deal, den Ursula Leyen für die EU abgeschlossen hat mit BlackRock und die sollen dann quasi die nachhaltigsten Investitionen herausfinden. Ich bin sicher, da haben sie welche im Portfolio. Aber BlackRock und Co. sind doch damit, wenn sie die, wenn sie so viel Geld verwalten und wenn sie die Regierungen beraten und auch Entscheidungen für die Regierungen treffen und all diese Daten, die sie bekommen, in ihren Supercomputer Aladin einspeisen, dann sind die doch das mächtigste Tool der Welt, oder? Mächtiger als alle Regierungen am Ende. Ja, das kann man sagen, auch weil sie das ja sozusagen international kombinieren. Ja, also die beraten ja eben nicht nur, wie Sie schon gesagt haben, die Zentralbank der USA, sondern auch die Zentralbank der Europäischen Union. Und sie haben eben auch eine Beraterfunktion mit dem Internationalen Währungsfonds, das heißt, und dann noch mit der weniger bekannten, aber auch wichtigen Bank, Zentralbank der Zentralbanken. Es gibt ja eine Zentralbank der Zentralbanken. Ja, die meisten Leute kennen das gar nicht, die gibt es aber schon seit 1933. Das ist die Bank for International Settlements in Basel, in der Schweiz. Auf Deutsch heißt die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und die hat die Aufgabe, die sich wandelnden Anforderungen an die Regulierung der Finanz- und Bankenwelt zu beschließen. Deswegen gibt es zum Beispiel, das ist ein bisschen bekannt, die Begriffe Basel I, Basel II und so. Das kommt daher, weil diese Zentralbank der Zentralbanken in Basel sitzt, ihren Sitz hat. Die wurden von Wall Street Banken 1933 dorthin gegründet. Und ja, und da hat BlackRock auch Einfluss. Und durch diese Kombination, auch hier dieses, jetzt nicht Ownership, aber diese gemeinsame Präsenz in allen wichtigen westlichen internationalen Finanzinstitutionen, EZB, FED, Bank für die Zahlungsausgleich, Europäische Kommission, und das ist natürlich schon eine globale Macht. Und es gibt niemanden, der BlackRock und Co. reguliert, oder? Ja, also das ist ja noch auch sehr freundlich. Ja, kontrolliert, auf die Finger schauen. Ja, es ist ja noch sozusagen ein Sahnetüpfelchen. Diese neuen Finanzakteure wie BlackRock und Wengbert und so weiter werden ja von den westlichen Finanzaufsichten nicht als Banken bezeichnet, weil sie ja auch anders arbeiten. Und deswegen haben ja dann zum Beispiel nach der Finanzkrise, da haben ja alle westlichen Staaten neue Bankenregulierungen gemacht, aber die betreffen ja nicht BlackRock und Co., weil die ja keine Banken sind. Und da haben dann, vereinfacht gesagt, dann haben die G7-Staaten, ich weiß nicht, das war glaube ich 2005 oder so, oder nach der Finanzkrise in diesen Jahren, vor 2010 jedenfalls, da haben die G7-Staaten gemerkt, oh verdammt nochmal, das sind doch jetzt irgendwie neue Finanzakteure, die sind doch jetzt immer da, die werden größer. Was machen die eigentlich? Die haben wir jetzt nicht als Banken erfasst und reguliert. Was machen wir mit denen? Haben die gesagt, die G7-Leute. Und da haben die gesagt, ja, also wir wissen nicht genau, wie wir die bezeichnen und regulieren sollen. Also, wenn du nicht weiter weißt, dann gründest du einen Arbeitskreis und dann haben die einen Arbeitskreis, also ein Komitee natürlich, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel gegründet. Und die haben die Aufgabe, BlackRock und Co. zu beobachten. Okay. Die Ferne will sein. Die beobachten. Aus nahe und ferne wissen wir nicht genau, wie die das machen. Und solange unter der Aufsicht der G7-Staaten BlackRock und Co. beobachtet werden, haben die gesagt, ja, weil wir jetzt nicht wissen, wie wir die jetzt letztendlich bezeichnen müssen, Banken sind es ja nicht, dann sagen wir jetzt mal als offizielle Bezeichnung, sie sind Shadowbanks, Schattenbanken. Das klingt eigentlich schon düster. Ja, also das ist wirklich, dieser etwas düstere und sehr diffuse Begriff ist der offizielle Begriff für die Bezeichnung. Und da gibt es eben das Komitee für Shadowbanks in der Zentralbank der Zentralbanken und BlackRock und Co. haben es erreicht, dass sie also weiter unter gemütlicher Beobachtung stehen und nicht reguliert werden. Wenn diese, Sie haben es vorhin angedeutet, dass dort auch Insiderhandel, Manipulationen von Kursen stattfinden, indem die einfach kaufen. Also ich darf nur sagen, dass sie möglich sind. Okay. Ich bin ja nicht dabei. Ich bin ja nicht dabei. Ich weiß es nicht, ob die das wirklich machen. Ich weiß es nicht. Nein, wahrscheinlich würden sie es nicht. Die haben ja auch ganz große, die schreiben ja mal nette Compliance-Briefe an ihre Unternehmen. Aber könnten diese BlackRock und Co., diese mächtigen Firmen mit diesem ganzen Wissen, mit diesen Daten, diesem ganzen Geld, könnten die selber generell Situationen hervorrufen, von denen sie profitieren? Ich meine, man darf nicht vergessen, denen gehört ja, oder sie kontrollieren mit, auch Rüstung, Pharma, alles, was es so gibt auf der Welt. Ja, natürlich. Also auch das unterscheidet sie ja sozusagen von den Banken. BlackRock und Co. holen sich ja diese Riesenmengen an Kapital, mit denen sie sich dann in Tausende von Unternehmen und Banken und so weiter einkaufen, Aktien kaufen, Anteile kaufen. Diese Kapital holen sie sich ja von den Superreichen dieser Welt. Und, ne, also BlackRock und Co., die unterhalten keine Bankschalter. Da können sie und ich, da können wir nicht hingehen und sagen, ich bin, also, ich habe ein ordentliches Gehalt, ich möchte hier ein Konto haben und so. Nein, gibt es gar nicht. Die haben gar keine Bankschalter. Sondern, na, also, zum Beispiel BlackRock hat nur 16.000 Beschäftigte. Ja. Während zum Beispiel die Deutsche Bank 90.000 Beschäftigte hat. Die haben kein Aladin. Ja. Und, ne, und die Deutsche Bank, die verwaltet nicht einmal, ne, die verwaltet 300 Milliarden. Das ist nicht mal ein Dreißigstel von dem, was BlackRock verwaltet. Aber die Deutsche Bank hat fünfmal so viel Beschäftigte wie BlackRock. Ja. Das heißt also, ein Gewinn, oder sozusagen ein Gewinn, Vorteil gegenüber den traditionellen Vermögensverwaltern und Banken ist, ne, BlackRock und Co., die schleppen jetzt nicht diese Millionen Normalbürger und Arbeiter und Rentner und so weiter mit ihren kleinen Gehaltskonten mit, was ja auch Arbeit macht und so, ne, das, ne, sondern BlackRock und Co. bekommen ja ihr Geld von den großen Multimillionären, Multimilliardären, Unternehmensstiftungen, Privatstiftungen, Unternehmensclans. Also, was weiß ich, war einfach gesagt, mit zehn Millionen können sie da mal antanzen. Okay. Jetzt ist auch die Frage, wenn zum Beispiel BlackRock und Co., die ja alle dabei sind, mit Vonovia, dem größten Wohn, wie nennt man Wohngesellschaft, der größten deutschen Wohngesellschaft, Geld verdient, wo fließt das Geld danach hin? Ja, also, die formellen Aktionäre von Vonovia zum Beispiel sind ja BlackRock, Massachusetts Financial, Norges und so weiter, so heißen die, ja, und Vonovia hat acht Prozent und die anderen haben dann fünf und so weiter. Und deswegen fließen dann die Gewinne zunächst mal an die BlackRock, Massachusetts Financial, Norges, aber die eigentlich wirtschaftlich Berechtigten, denen die Gewinne zufließen, sind diese Kapitalgeber, diese reichen zufällig, bitte? Sind die anonym? Genau, und das ist ja sozusagen das erste Problem, weswegen sich die Bürger, die Politik ja eigentlich mal mit beschäftigen müssen, weil BlackRock und Co. dazu beihelfen, auch durch gesonderte Beratung, durch eine eigene dafür unterhaltene Beratungsfirma, die heißt Aperio, das ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, ne, und die koordiniert für diese superreichen Kapitalgeber in die jeweiligen Fachleute, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, welche Finanzoase, bei welchem Treuhänder ist für dich das günstigste? Also Steueroasen, das Geld kommt in Steueroasen und bleibt in den Ja, es sind, aber ich lege Wert drauf, das sind nicht nur Steueroasen, sondern das sind Finanzoasen, das heißt also, das sind die Cayman Islands und das sind die Kanalinsel wie Jersey und das ist Luxemburg und so weiter und das ist ungefähr ein Dutzend etablierter Finanzoasen, meistens in Ministaaten oder Monarchien wie Luxemburg und Niederlande und ja, also da tragen dann BlackRock und Co. für ihre superreichen Kapitalgeber dazu bei, dass mit Hilfe von Fachleuten die jeweils günstigste Finanzoase, der günstigste Treuhänder, denn das kostet ja dann auch ein paar tausend Euro im Jahr, wenn man so eine Briefkastentirma unterhält und der sozusagen bestpassende Name, so dass also die eigentlich wirtschaftlich Berechtigten, denen die Dividende zufließen, die Gewinne aus den Unternehmen mit Hilfe von BlackRock anonymisiert werden, ja, also beispielsweise habe ich mal nachgeguckt, die 8% Aktien, die von BlackRock in Vonovia vertreten werden, sind auf ungefähr zwei, ich habe die Zahl Goldco Nummer 28 kämen, ja, und da wissen wir jetzt nicht, welcher deutsche, amerikanische, afrikanische oder was, Multimillionär oder welche Unternehmensstiftung da dahintersteckt. Aber was mich interessiert, diese Gelder sind dann raus, sagen wir mal, nehmen wir mal Deutschland, sind dann raus aus Deutschland, das heißt, die Gewinne, ja, genau. Ja, das wissen wir ja, also es ist rechtlich raus aus Deutschland, wobei wir aber nicht wissen, wer sind jetzt diese Gewinnempfänger, die wirtschaftlich Berechtigten, das können ja auch Deutsche sein. Okay, aber im Grunde, ja gut, aber das Geld ist dann trotzdem draußen, in irgendwelchen Finanzoasen, wie Sie das nennen, ich bin ja aus Ihrem Buch draufgekommen, wo Sie sagen, dass Sie quasi die Staaten verarmen, BlackRock mit dieser Art, das heißt, den Staaten wird das Geld entzogen, mit dem Sie zum Beispiel was Gutes auch anstellen könnten, Infrastruktur und so weiter. Ja. Also, das heißt, Sie saugen quasi die Staaten aus, um reiche Menschen noch reicher zu machen? Ja, ja, also das ist aber nur eine dieser Techniken, die andere Technik, die ist ja eigentlich auch jetzt dann doch dem Publikum bekannt, also auch die großen Digitalkonzerne, Amazon, Facebook, Apple und so weiter, in denen ja BlackRock und Co. die größten Aktionäre sind. Natürlich, wo sonst? Wo sonst? Da, wo wirklich weltweite Expansion, große Gewinne, hoher Börsenwert zusammenkommen, da sind natürlich BlackRock und Co. auch im Interesse ihrer Kunden, die Großaktionäre und die haben ja bekanntlich auch Techniken entwickelt, dass Amazon und damit hat sich ja die Europäische Kommission schon heftigst beschäftigt und hat sogar so mal Bußgelder verhängt, ein paar Milliarden. Ja, weil eben auch durch die Nutzung derselben Finanzoasen, Luxemburg, Irland und andere, Amazon, Google und so weiter in Europa ja bis null Steuern zahlen und was ja wiederum dann auch BlackRock und Co. und deren Kapitalgebern zugutekommt. Dann schauen wir uns doch mal ganz kurz den politischen Einfluss von BlackRock an, der ja noch größer geworden ist jetzt auch in der Regierung Biden, also in der US-Regierung. Ich glaube, der ökonomische Topberater kommt von BlackRock, der stellvertretende Finanzminister kommt von BlackRock, das heißt, die sitzen jetzt sogar schon direkt in der Regierung, die kommen gar nicht mehr durch die Lobbyistentür rein, sondern die lassen die anderen Lobbyisten rein oder raus. Wie sieht denn das bei uns aus? Sie schreiben, der Boss von BlackRock, Larry Fink, hat auch schon persönliche und geheime Gespräche mit deutschen Finanzministern wie Scholz, Schäuble oder mit dem damaligen Außenminister Gabriel, Ex-Kanzleramtsminister Braun geführt und sagen aber nicht wirklich, worum es geht, oder? Ja, also wir haben das, was Sie gerade gesagt haben, ja nur dadurch erfahren, dass Jahre später die Linke im Deutschen Bundestag mal eine Anfrage gestellt hat. Als das mit dem März da mal hochkochte, als der CDU-Vorsitzende werden wollte, dann wurde er zum ersten Mal in Deutschland auch ein bisschen über BlackRock geredet und ja und dann kam eben jemand von der Linken im Bundestag auf die Idee, da fragen wir doch mal die Regierung an, haben sich denn Mitglieder der Regierung schon mal mit Vertretern von BlackRock getroffen? Und dann kam tatsächlich also eine Antwort und da wurde das so aufgezählt mit den Treffen von Chef Lorenz Fink oder seiner Stellvertreterin, die heißt Barbara Nowik, mit unseren Finanzministern Schäuble, Scholz und den anderen. Warum ging es? Bitte? Worum ging es? Ja, ja und worum es ging, da war dann bei all diesen Treffen, wo teilweise auch der Lobbyist Friedrich Merz dabei war, da stand dann immer wörtlich gegenseitig interessierende Fragen. Okay, das nenne ich mal Transparenz. Aus Ihrem Buch habe ich auch das Zitat CEOs von E.ON, der hat gesagt, die lassen uns antanzen, das sagt eigentlich auch sehr viel über Machtverhältnisse aus. Sie haben gerade Friedrich Merz selbst erwähnt, der war bis 2020 Aufsichtsratschef von BlackRock Deutschland, ist inzwischen CDU-Chef mit wahrscheinlich auch Kanzlerambitionen. Was war seine Rolle und was ist vielleicht noch seine Rolle? Ja, also da könnten wir mal gucken, was hat Friedrich Merz dazu qualifiziert von dem größten Vermögensverwalter der Welt als Haupt Lobbyist in Deutschland ernannt und bezahlt zu werden. Und das war ja so, dass Merz ist ja gelernter Anwalt nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2004, 2005, da wurde er ja Miteigentümer der deutschen Niederlassung einer amerikanischen Anwaltskanzlei. Mayor Brown hieß die. Und die hatte die Spezialität, die damals noch sozusagen vor BlackRock und Co. in Deutschland, in Europa sozusagen einfallenden amerikanischen Heuschrecken zu beraten, wie sie am besten und günstigsten deutsche Mittelstandsfirmen aufkaufen können. Denn das Geschäftsmodell dieser Private Equity Investoren Heuschrecken, die waren ja vor BlackRock und Co. da. Die haben ja schon so ungefähr im Jahr 2000 unter dieser Agenda 2010 von Schröder Fischer angefangen, in Deutschland Mittelstandsfirmen aufzukaufen. Also die haben dann Filetstücke raus und den Rest zerschlagen. Das war glaube ich. Oder weiterverkaufen nach ein paar Jahren und so weiter. Und Personalabbauen nicht zu vergessen. Bitte? Personalabbauen war auch keine Nummer. Personalabbauen, Teile verkaufen oder beispielsweise auch sehr beliebt die Immobilie an einen Immobilieninvestor verkaufen und teuer zurückmieten. das Fabrikgebäude verkaufen und teuer zurückmieten und so was. Ja, das haben diese Räustrecken gemacht und Friedrich Merz war Berater solcher amerikanischen Investoren beim Kauf und Verwerten deutscher Mittelstandsfirmen. Und war dann in dieser Zeit ja immer noch so mit Kommentaren in Medien präsent, also 123 Euro für Hartz-IV Empfänger reichen aus, hat er zum Beispiel gesagt, oder Mindestlohn brauchen wir nicht und so. Und das sagt er inzwischen natürlich alles gar nicht mehr. Aber damals hat er das gesagt. Ganz kurz, kommen wir zu heute mal ganz kurz und das erklärt es vielleicht auch ganz schön. Er hat ja im Grunde Merz hat Scholz jetzt gerade sehr scharf unter Beschuss genommen, weil er sich im Cum-Ex Untersuchungsausschuss nicht erinnert. Wenn man ihr Buch liest, dann klingt dieser Spruch oder dann klingt diese Anklage von Merz doch sehr heuchlerisch. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Der hat also zum Beispiel, der hat gesagt, Steueroasen sind was ganz Wunderbares, weil das die Gewinne beflügelt. Ja, das würde der heute sich nie mehr wagen zu sagen, denn das ist ja sozusagen, dann wäre er ja direkt als Direktlobbyist für die dunkle Seite von Blackrock erkennbar. Das hat Blackrock mit Cum-Ex zu tun? Ja, Blackrock hat, da muss ich auch wieder sagen, theoretisch mit Cum-Ex zu tun, weil ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Blackrock, Blackrocks Geschäftsmodell ist ja nicht das Warten auf Wertsteigerung und Dividende, sondern das ständige Handeln mit den Aktien. Und was ja tatsächlich ein ganz wesentlicher Baustein der Cum-Ex Betrügereien war, war ja das, was auch Blackrock im großen Stil macht, nämlich Aktien zu verleihen. Diese Cum-Ex Betrüger, die mussten sich ja ihrem Finanzamt gegenüber zumindest kurzzeitig für eine Woche oder für drei Wochen als Eigentümer von Aktienpaketen ausgeben können. Sie waren jetzt nicht wirklich an einer Siemens oder RWE Aktie interessiert, sondern sie wollten eben eine nicht bezahlte Steuer zurückhaben. Und und dafür kann man sich, zum Beispiel dafür, kann man sich bei jemandem, der viele Aktien hat, ein Aktienpaketchen gegen eine kleine Gebühr ausleihen. Und das macht Blackrock. Und das Verleihen von Aktien, Aktienpaketen gehört zum ganz normalen Geschäftsmodell von Blackrock und Co. Ob die das jetzt, das wissen wir jetzt nicht. Ob die das genau machen, wissen wir nicht. Ob sie das jetzt an tatsächliche Cum-Ex-Betrüger verliehen haben, das wissen wir nicht, sagt der Kölner. Aber das erfasst ja auch die Finanzaufsicht freundlicherweise nicht. Und dem geht ja auch kein Untersuchungsausschuss des Bundestages nach. Jetzt möchte ich noch mal, wo wir viel wissen über Blackrock und Co. und auch vor allem über das System Blackrock, Sie veranstalten 16. 17. September in Potsdam das Blackrock Tribunal, das zweite schon. Worum geht es Ihnen dabei? Ja, wir haben da vier Themen, die wir in diesen zwei Tagen an der Universität Potsdam sozusagen entwickeln, darstellen wollen, unsere Kenntnisse da ausbreiten wollen. zum einen eine Darstellung des Gewinn- und Machtgeflechtes von Blackrock. Also welche, was wir hier auch so etwa besprochen haben, welche Eigentümerschaften haben Sie, wo stecken Sie überall sozusagen mit Kapital drin und dann welche Regierungsnähen haben Sie, zum Beispiel welche Lobbyarbeit machen Sie in Brüssel, welche Lobbyarbeit machen Sie in Deutschland und welche Lobbyarbeit zum Beispiel machen Sie global, ja zum Beispiel zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum und anderen internationalen Zusammenschlüssen und dann an einzelnen Beispielen, ach so ja, das ist so dieses Machtgeflecht und Gewinngeflecht, einschließlich auch natürlich der Steuerflucht und so weiter. Ja, das zweite Thema sind dann die Arbeitsverhältnisse im Blackrock-Kapitalismus konkretisiert an Tesla und der E-Mobilität, weil Blackrock und Co. natürlich die größten Aktionäre bei Tesla sind, ne, die ganzen Medien reden immer von Elon Musk und so weiter und seinen Kapriolen und so weiter, aber, ne, ja, und, und also die Arbeitsverhältnisse bei Tesla, man kennt die sehr gut aus dem seit zehn Jahren schon betriebenen Hauptwerk von Tesla in San Francisco, ne, da gibt es viele Dokumentationen darüber, die nie bei uns über den Atlantik gekommen sind, aber da haben wir auch ein paar Videos zusammengestellt, die da drüben gemacht worden sind und wir verdeutlichen die Arbeitsverhältnisse auch anhand der Logistik, also bei Amazon, das ist ein Subunternehmerketten und so weiter, die bis nach Taiwan reichen und dann haben wir noch das Thema, ähm, sozusagen ein Lieblingskonzept, ein zentrales Konzept von BlackRock und Co., von BlackRock und Vanguard, die da den Markt beherrschen, nämlich, sozusagen, ein erneuertes Konzept, Angebot für eine private Aktienrente, überall in den westlichen Staaten gehen ja mit den Arbeitseinkommen auch die Renten runter und auch die neueren Reformen, wie in Deutschland die private Riester-Rente ist ja auch und zwar gescheitert und, ne, und da kommt jetzt BlackRock und hat gesagt, ja, wir haben jetzt ein ganz neues, tolles, ein Rentenkonzept, ähm, was, äh, auf der einen Seite, äh, schon Vorteile hat, ne, zum Beispiel, weil das so eine Art Volksaktie ist, äh, wo der Einzelne gar nichts damit tun, da muss, der kauft das nur und, und weil, das sozusagen eine anspruchslose äh, Routineaktie ist, sozusagen ein Aktienindex an allen 40 DAX-Konzernen, da muss kein Manager irgendwie große Entscheidungen fällen, welche Gewichtung, welche Aktie und so weiter und, ne, und deswegen, äh, kann BlackRock sagen, wenn ihr diese, äh, billig, äh, Rente kauft, dieses Finanzprodukt ETF, heißt das, ne, dann braucht ihr nur eine Gebühr von 0,5, 0,5 oder 0,05 Prozent bezahlen, ne, wenn man das vergleicht, Aladin durchläuft, da brauchst du keine Ja, ja, das läuft, roboterisiert, algorithmisiert bei Aladin durch, ne, das kostet sozusagen, ähm, für BlackRock nix und dann können die da eine Mini-Gebühr, äh, für eine Mini-Gebühr kann man das dann kaufen, ne, wenn man das vergleicht, zum Beispiel, was die Versicherungskonzerne Allianz und so weiter ergo bei der Riester-Rente einbehalten haben, ja, dann ist das schon, sagen wir mal, ein gutes Lockmittel, würde ich sagen. Mhm. Aber, äh, da müssten wir jetzt in die Details einsteigen, wo jetzt da die Risiken sind, ja, oder die Nachteile. Das wäre fast ein neues Gespräch, also, also, das ist dann sozusagen das, das dritte, das dritte Thema, äh, für, ja, die Veranstaltung gegen BlackRock, ja. Mhm. Dr. Rügemer, das hat mich schlauer gemacht, wie ihr auch, ja. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank für diese erbauliche Stunde. Ja, gut, vielen Dank für die Möglichkeit, das hier mal so, äh, locker ausbreiten zu können. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Leute, während wir uns an den eher unbedeutenden Protagonisten abarbeiten, bauen BlackRock und Co. ihre Macht aus und Aladin wird immer klüger und potenter. Und wenn wir bald alle wie geplant unsere digitalen Identitäten haben oder vielleicht auch sind, dann wird das nicht besser. Ist also die Rückkehr ins Analoge die Lösung? Hm, ist nicht so leicht, wenn man im Berufsleben steht. Ziemlich schwierig, da ganz auszusteigen. Aber was ganz sicher gut tut, echte Menschen treffen in der echten Natur mit echten Gefühlen und dann das Smartphone zu Hause lassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.